Willkommen zurück zu Let's Play World of Final Fantasy und ich würde sagen, komm, wir machen jetzt doch ein paar Kolosseen, denn warum nicht? Dann können wir nämlich vielleicht auch gleich noch das neue Mira-Bot für den Behemoth freischalten und vielleicht auch noch die ein oder andere neue Mirage zu fangen, zum Beispiel diesen Ifrit hier. Okay, die beiden also wieder. Da war ja was. Aber diesmal sollten wir eigentlich eine gute Chance auch gegen die haben. 1400, das ist halt easy. Easy peasy. Soll ich gegen dich wahrscheinlich Eisattacken, ja. Gut, dann bitteschön, kriegst ein Rotzahn. Und dann fangen wir dich hoffentlich. Okay. Komm schon. Wenigstens den einen. Könnte ich gegen sie wieder Eisattacken machen? Mal so. Jetzt könnte ich sie ja an sich noch angreifen. Nein, schade. Das heißt, die Schiefer habe ich wohl fürs Erste verloren. Wenigstens den Ifrit hätte ich ja gerne. Komm schon. Kann ich einfach weiter Feuerattacken machen? Kann das? Ja, anscheinend schon. Dann kann man die Chancen anscheinend erhöhen. Okay, gut zu wissen. Damit haben wir uns einen Ifrit gefangen. Leider keine Schiefer. Aber gut, einer der sieben Plejaden. Erfindet mächtige Flammen, mit denen er jeden Gegner einheizen kann. Segenäres Seele, Schampfung, Feuergott Ifrit aus der Hauptgeschichte. Yeah. Feuerstärkung, Konter, Flammenspitzen, Feuertransformation. Purgatorium, Schlag, Flamme, Feuera. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Cool. Aber leider, wie gesagt, Schiefer nicht. Ah. Das war ein guter Fußball. So, jetzt würde ich aber tatsächlich eher gegen die anderen noch weiterkämpfen. Gab es hier ein direkteres Match gegen die beiden? Irgendwie. Ähm. Sieht nicht wirklich danach aus. Gut, dann machen wir mal. Jetzt aber im Kampf gegen die Bestien. Das, was wir eigentlich machen wollten. Vielleicht kommen ja Schiefer und Ifrit doch nochmal. Wäre ganz cool. So, Fenrir-Stapel. Von Fluss-Mu, Baby-Mu von Fenrir. Brauche ich eigentlich nicht. Deswegen. Lobbe ich es einfach um. Easy. Genau deswegen will ich jetzt ein bisschen noch Kolossium machen, weil das ist easy und ja, wir kriegen ein paar Sachen dafür. Ein paar Samen. So, und vielleicht noch die ein oder andere neue Mirage. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ein Ifrit haben wir ja schon bekommen. Was ist das da oben zum Beispiel? Ah, das ist ein anderer Quacho. Den habe ich, glaube ich, freigeschaltet jetzt. Ähm, Stapel einmal auflösen, bitte. Diesen ebenfalls. Hast du irgendwas, was stürzen kann? Nein, also verteidigst du kurz. Du hattest irgendwas, was stürzen kann. Du hattest nichts, was stürzen kann. Du wirst einfach nochmal einen Trank auf die Gegner. Du kannst dich verteidigen. Du hast ein wildes Horn. Das nicht trifft, verdammt. So, nochmal Stürzkraftmittel. Wir müssen euch erstmal umkippen. Aha, da fängt das schon an zu wackeln. Perfekt. Mal schön wieder heilen, dass ich nicht aussehen, dass ich euch ein Crit umschmeiß. Oh, jetzt hatte ich Angst. Das ist ja durch ein Contakill. Das wäre jetzt natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Okay. So, bitteschön und Falt um. Regenerierere TP. Okay. Das sollte machbar sein. Anscheinend habe ich keinen Quatsch-Hobriss, Mann. Na gut, schade. Umsonst Zeit verschwendet. Ah, denen werden wir bestimmt auch noch irgendwo begegnen. Vielleicht. So, dann nehmen wir gleich die kleinen Bergbewohner. So, warte mal. Was hattet ihr so für Schwächen? Wind und Blitz. Habe ich mit dir natürlich gar nicht. Aber egal, ich kann sie ja auch einfach so wegkloppen. Das sind ja keine ernstzunehmenden Gegner mehr für mich. Insofern. Die ernstzunehmenden Gegner kommen aber noch. Da haben wir schon gesehen, dass es da einige mit Stufe 49 und sowas gibt. Das wird dann schon interessanter. So, was haben wir denn hier zum Beispiel noch? Phoenix Daune. Die königliche Nachfolgerin. Noch eine Phoenix Daune. Ein angenehmer Weihnachtsmann. Das sind alles so Download-Dinger. Die man dann danach noch bekommen hat. In dieser Zeit meine ich. Nicht danach. Schauen wir doch mal. Ja, das war niedlich. Was? Was war das jetzt? So, dann konnte ich jetzt eben nicht angreifen. Ahlen. Okay, die ahlen sich. Aber gut, die sind erledigt. Und wir machen weiter im Kolosseum. Den Walfarisk könnten wir, glaube ich, fangen jetzt inzwischen. Aber ich denke mal nicht, dass wir das müssen. Oh je. Ihr seid ja nicht gerade klein. Gar nicht mal so schwach. Ihr haltet tatsächlich ein bisschen was aus. Nicht schlecht. Dann bekommt ihr auch ein Kreuzprögel. Das habt ihr euch verdient. Aber man sieht schon, die Gegner werden schon stärker. Ich bekomme schöne Items dafür. So, was haben wir noch so? Turbo-Ether. Blitzsam. Übertrinke. Es-Magenit. Wasser-Magenit. Auch ganz cool. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt erstmal hier euch. So, was seid ihr denn? Regeneriere ihr TP. Okay. So, jetzt einen nochmal kurz weg. Und lasst die anderen sich nicht selber töten. Regenerier. Verdammt. Regenerieren deine KP. Stapeln uns. Und fang dich hoffentlich. Oder auch nicht. Schade. Gut. Anderer Plan. Der gleiche Kampf nochmal. Nur, dass ich es mal gleich auf Heilung gehe. Zur Not einfach nur Konter. Komm schon. Jawohl. Da haben wir ne. Den Lumok. Dann werden sie einfach ausgerottet. So. Heiltränke bekommen wir nochmal dafür. Und ein Lumok. Der strahlende Star unter den Mokris. Dessen Bombe von der Naht Glorienchein hell erleuchtet wird. Nachts kann also jede Menge Strom sparen. Weil das das Wichtigste ist. Weil Nocturne. Balance. Gar. Flattern. Eskorte. Freies Feld. Notfallschleife. Siegesmarsch. Oh. Okay. Alles klar, Lumok. Sakura, die Königin der Schokobos. Schauen wir uns die doch mal an. Jede Menge neue Miragen für uns. So. Analyse. Reduziere ETP einmal pro Kampf. Das könnte schon problematischer werden. Dann müssen wir gleich drauf gehen. Wow. Okay. Ähm. Gegen was seid ihr resistent? Gegen Wind, Wasser, Erde, Licht. Ähm. Ich habe doch bestimmt. Gegen Wasser warst du auch noch resistent, ne? Ah, perfekt. Jawohl, ja. Mit Umständen, äh. Mit Umwegen, aber. Klappt irgendwie. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man gegen solche schwachen Mirages etwas zu stark ist. Das ist der Schnee-Chocobo. Nächster Wechsel mit dem Albino-Chocobo. Scherz beiseite. Also wird er die Metamorphose, wird er übrigens nicht zum Schokomoppel. Kein Scherz. Den nehmen wir uns für das nächste Mal auf. Vielleicht. Okay. Vita-Engel-Chocobo-Tripp-Nihil. AP-Volltreffer-Boost. Spritztour. Da bin ich sogar fast gewillt, ihn mitzunehmen, ne? Die Frage wäre nur für was. Ich habe halt leider nicht wirklich was Sinnvolles. Den Phönix könnte ich da lassen. Weil ich den eh nicht nutze, aber er ist halt cool. Schauen wir uns mal den Schnee-Chocobo an. Ich will mal sehen, was da mit der Metamorphose auf sich hat, weil sie sich den Witz fürs nächste Mal aufsparen. So, dann der eingeliehende Weihnachtsmann. Ein Tomberry. Mal schauen, was die hier zu tun haben. Okay. Den Stapel lösen wir gleich mal auf. Und dann schauen wir mal. Wieder ETP reduzieren. Diesmal mit Feuer. Wie viel AP habt ihr? Nicht mal ansatzweise viel. Das heißt Gegenstände. Bombafragment. Wir dürfen, dass es nichts tötet. Na gut, viel schwächere Feuerschaden kann ich kaum machen. Es sei denn, ich suche mir halt im Mira-Tresor irgendwas. Warte mal. Schauen wir doch mal. Wenn ich dich mal kurz zur Seite lege. Für irgendeinen, der Feuer kann, aber nicht allzu stark ist momentan. Und da dürftest du eigentlich genau reinpassen. Ich denke, wir müssen jetzt eine neueitige. Wir müssen natürlich auch eine Loan machen. Wir müssen ja jetzt noch mal sehen. Wir müssen ja noch mal weg, den ich da drunter machen. Und dann wäre das ein ganzes Mal. Und dann ist das so etwas. Und dann wäre das, was wir vielleicht noch mal über den tiefsten. Und dann haben wir jetzt auch ein paar Tage. Und dann wäre das auch noch mal. Also da wäre das glücklich. Und dann wäre das ein ganzes Mal. Und dann wäre das so. Jetzt habe ich nämlich auch keine Konter mehr drin. Das heißt, so sollte ich es schaffen. Vielleicht. Einen kann ich ja mal weghauen schon mal. Den stapel das mal auf. Und Fri Fri macht jetzt Feuer. Okay, Fri Fri ist sogar etwas zu stark noch. Ich will mal sehen, wie das Auge ist. Aha. Okay, das Auge ist ganz gut. Können wir mal kurz wieder stapeln. Das Ding kann ich natürlich nicht weiter schwächen. Das ist das Problem. Das geht nur einmal pro Kampf. Bei den Dingern. Komm schon. Bleibt drin, euch kleiner Rotberry. Jawohl, da, Mann. Gut, perfekt. So, war der Fri Fri gar nicht mal so wichtig. Mit dem Auge hätte es auch geklappt. Ein kleiner Tomberry mit einer roten Kapuze. Wen auf weiter Flur mit Rotkäppchen verwechselt, der liest nicht nur zu viele Märchen, sondern er liebt auch eine bitterböse Überraschung. Was bei Tomberries im Allgemeinen aber keine wirkliche Überraschung ist, oder? Ja, das stimmt. Tomberries sind immer ein bisschen böse. Somit ist eine Überraschung, die im Endeffekt keine Überraschung ist, wenn man denn feststellt, dass ein Tomberry ist. Lass mich doch da hin. So. So. Denn ich hätte gerne meinen... ...meiner Dunkelkralle wieder. Ah, schön, die wurde auch direkt wieder ausgerüstet. Perfekt. Danke dafür. So. Die Kameradinnen ihrer Majestät. Dann schauen wir doch mal. Lauter kleine Miragen. Mene. Ist das alles Mene? Nein, da sind noch Quatschos dabei. So. Wir machen den Quatscho nieder. und analysieren einmal die Mene. Auch bei ihr müssen wir die TP regenerieren. Okay. Das ist natürlich die Frage, lebt Mene noch? Ja, die Mene lebt noch. Sehr schön. So. Quatscho weg. Und Gegenstände Heiltrank auf die Mene. Okay. Gegenstände Heiltrank auf Mene. Und einfangen. Na, will noch nicht. Einfangen. Jawohl, ja. Wieder eine neue Mirage für uns. Perfekt. Dieser Pinguin-artige Mirage versteht sich bestens auf Wassermagie und Konterattacken. Mene ist fest entschlossen, die nächste Königin zu werden. Dabei rechnen sich gute Chancen gegen Mech aus. Aber wer ist nun diese Ene? Mene. Mene und Mech. Wahrscheinlich würde ein Mannheim jetzt eben genau der andere sein. Ja, genau so scheint es zu sein. Da haben wir Mech. Da haben wir die Analyse. Auch bei ihr müssen wir die TP generieren. Alles klar. Ein paar Schlafen. Jetzt machen wir ihn einfach kaputt. Oh, da habe ich noch einen. Der nicht gedings ist. Ach gut, keine Flammen schwitzen. Da hatte ich gerade Angst. Hier, bitteschön, Mech. Und lass dich einfangen. Lass dich einfangen, habe ich gesagt. Lass dich einfangen. Wenn wir halt die Chance. Jawohl. So, damit auch Mech gefangen. Und auch weitere Phönix-Down dafür bekommen. Diese Behinderung inhaltige Mirage ist genau... Mech möchte ebenfalls die nächste Königin werden. Sieht das Ganze aber weniger verbissen. Die Thronenfolge wird sicher nicht mit einem Abzähl reinbestimmt. Tja, wer weiß. So, du bleibst bei Seraphie. Damit haben wir die ganzen Extra-Dinger schon weg. Das heißt, jetzt gehen wir weiter den Schwierigkeiten nach. Die üblen Verdächtigen. Dann lass uns mal schauen, was denn die üblen Verdächtigen so auf sich haben. Goblinschlag. Okay. Kann ich ungefähr sehen, was ihr habt. Ihr habt schlechte Feuerresistenzen. Das finde ich jetzt nicht sonderlich schlimm. Im Gegensatz, das finde ich sogar recht gut. Denn, dann mach ich einfach ein... Feueratem. Komm. Perfekt. Naja, das war wirklich nicht bad. Das war eher ziemlich einfach. Und wir kriegen dafür Geld. Geld, Geld, Geld. So, was haben wir als nächstes? Team Kastanienfarben. Sieht aus wie die Sandwürmer. Tatsache. Kann ich die Sandwürmer jetzt fangen? Könnte ich vielleicht sogar tatsächlich. Leider geht das natürlich daneben. Au. Ich rede mal so gut Feuerresistenzen. Trotzdem will das Horn. Ich will euch ja irgendwie zum Kippen bringen. Jawohl, da haben wir sie. So, dann wirst du kurz geheilt. Würde dich auch wirklich umkippen können. Okay. Oder? Also, we're about to Triffst sie mit einem Konter Okay, das sollte machbar sein Dafür muss ich ihn aber wieder heilen Nicht, dass er dann plötzlich kaputt geht Das sind aber nur noch Ja, machen wir einfach Angriffe auf die Clan Hauen wir mal kurz die Clan weg So, jetzt haben wir den Stapel noch weg Da kam ein Konter Leider gegen die Falschen Okay Okay So, das kann jetzt ein bisschen dauern Bis ich konter, gell? Dagegen vielleicht? Nö Das ist ein bisschen langsamer Da haben wir doch einen Konter Das bedeutet, jetzt können wir ihn noch versuchen einzufangen Perfekt Damit haben wir auch einen Sandwurm Gut, dann würde ich aber sagen, das war's dann für diesen Part Wir haben sehr viel hier in der Arena geschafft Aber auf jeden Fall erstmal das Kolosseum wieder sein lassen Das heißt, wir sehen uns dann Und beim nächsten Mal Wenn wir hier an dieser Stelle Wenn wir hier an dieser Stelle Dann, wie gesagt Wieder in die Wüste gehen Und schauen, was uns dort noch so erwartet Bis dann Bis dann Ja Bis dann